Wir freuen uns, dass sie da ist. Ruth-Sophia Speelmeier, VfL Oldenburg. Auf der Bahn 3 vom Hamburger Sportverein. Leverkusen hat sie uns mit der Norm für die U20-Europameisterschaften erfreut. Vanessa Anitee. Auf der Bahn 4. Auch sie ist schon Norm gelaufen. Persönliche Bestleistung 53,55 für die 4. der U18-Weltmeisterschaften mit der 4x400-Meter-Mixstaffel. Vom TV 861 Amberg. Corinna Schwab. Und mit dabei, auf Bahn 5, haben wir auch noch eine ganz schnelle Britin. 53,92 ihre Bestleistung. And in Lane 5 with a personal best of 53,92 representing Great Britain, Lauren Russell. Das verspricht ein richtig schneller 400-Meter-Lauf zu werden. Und auf den schauen wir jetzt. Der dritte Zeitlauf. 400 Meter. Der weiblich nur 20. Und das sieht schon aus. Wes starten. 400 Meter mit Ruth-Sophia Spielmeier. Mit Vanessa Agitei, Corinna Schwab und Lauren Russell. Und Spielmeier, außerhalb der Wertung erlaufen, macht auf der Gegengeraden mächtig Druck. Hat jetzt in der Kurve Corinna Schwab und Lauren Russell vor sich. Und jetzt kommen sie auf die Zielgeraden. Für London liegt die Norm bei 51,70. Das zu ihrer Orientierung. 54,40 sind es für Großzettel. Ruth-Sophia Spielmeier, Lauren Russell. 53,37 für Ruth-Sophia Spielmeier. 55,40 Park